Herzlich Willkommen am Lerchenhof. Heute zeige ich Ihnen eine 52 Quadratmeter große Wohnung, die sich in 8075 Hart bei Graz befindet. Sehen Sie mal diesen atemberaubenden Fernblick Richtung Graz, Richtung Hart, die Berge des Gabal bis Kärnten, Slowenien, also wirklich ein toller Blick. Wunderschönes Neubauprojekt. Dort habe ich eine wunderschöne 52 Quadratmeter große Wohnung, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Hier sind die Parkplätze da vorne und hier befindet sich die Wohnung Top 2. Ein separater Abstellraum ist hier, da ist die Treppe genützt. Sehr, sehr praktisch. Sie verstauen von einigen Dingen. Das Postkassel ist auch schon montiert und jetzt darf man einen Blick in die Wohnung hinein. Tolle Eingangstür und das ist der lichtdurchflutete, wunderschön geräumige, große Vorraum mit Blick zur Terrasse und zum Eigengarten. So, jetzt machen wir einen kleinen Rundgang und ich nehme Sie auf den Rundgang. Zu meiner Rechten geht es dann schon in den Wohn-Essbereich. Wunderschön groß, geräumig, hell. Hier ist die Küche. Das sind auch schon die Anschlüsse für den Eherd, für das Wasser, Geschirrspüler, was immer Sie brauchen. Auch ein separates Küchenfenster haben wir hier. Und der großzügige Wohn-Essbereich ist natürlich mit der Terrasse und dem Eigengarten. Also da kann man sich wohlfühlen. Beheizt wird wie gesagt mit Luftwärmepumpe. Jeder Raum ist separat regulierbar. Das ist wirklich sehr, sehr modern, sehr schön. Holz-Alu-Fenster, ökologische Bauweise, niedrige Energiekosten durch die Luftwärmepumpe. Das wäre jetzt ihre Terrasse mit dem netten kleinen Eigengarten, wo man im Frühling und im Sommer wunderschöne, gemütliche Stunden verbringen kann. Auch für die Kinder genügend Platz, Sandkiste oder kleines Planschbecken. Also eine wirklich kleine, süße, nette Wohnung. Vor allem hell und modern. So. Jetzt werfen wir einen Blick in das Schlafzimmer. Auch ein schöner, heller, geräumiger Raum. Wieder mit eigenem Ausgang zur Terrasse und zum Eingarten. Auch hier genügend Platz für ein schönes, großes Bett und einen Kleiderschrank. Also ein sehr, sehr geräumiger Raum. Auch wieder mit separat regulierbarer Fußbundheizung. Hier im Vorraum zu meiner Rechten findet sich ein kleiner Abstellraum. Und Waschmaschinenanschluss, Stromzähler. Also sehr, sehr praktischer Raum. Und hier haben wir dann noch ein wahres Highlight. Das ist das wirklich große, geräumige Badesinger. Und das ist wirklich das absolute Highlight der Wohnung. Mit Fenster, mit See. So, jetzt sehen Sie einmal, wie groß das Bad eigentlich wirklich ist. Handwaschbecken, Spiegel, Walk-In-Dusche. Also Platz genügend, um sich wirklich wohl zu fühlen in dem Badezimmer. Und ja, so, ich habe mich gefreut, dass ich Ihnen diese wunderschöne kleine Wohnung zeigen durfte mit 52 Quadratmeter Wohnfläche. Ich freue mich mit Ihnen, wenn diese Wohnung auch leicht zeigen darf. Und da haben Sie das letzte Mal. Ich tr Prinzen In Situation ... ...